Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr im Dezember angefangen, erstmalig Camunda BPM als Prozess-Engine einzusetzen. Wir nutzen es mittlerweile in zwei Anwendungen. Das sind beides Bereiche, beides stammt aus dem Bereich Baufinanzierung. Wir nutzen es für halbautomatische Prozesse, in denen wir auch einen User mit einbeziehen. Besonders gut gefallen an der Engine tut mir, dass es relativ leicht in unsere bestehende Infrastruktur einzubauen war. Wir nutzen Java EE6 und JSF und es war eigentlich innerhalb kürzester Zeit bei uns zu integrieren. Des Weiteren ist es natürlich sehr vorteilhaft, dass wir eine Menge Java-Entwickler schon im Team haben. Und insofern ist keine Sprache neu zu lernen.